Schneemänner Wir wissen ja nicht immer wie normale Schneemänner aussehen. Mein Hund bellt auch vor allem was er nicht kennt. Und irgendwann hat er sich dran gewöhnt. Altes Kanu. Könnte ich auch nicht. Hier ist dieser Kaninchenbau. Oder Hasenbau. Streich spielen. Ich bin kein Tiercrawler. Ich mach damit keinen Witz. Wer weiß ob er vielleicht da was reinschmeißt oder so. Ich weiß nicht. Wölfe? Hinschrift. Wölfe? Hinschrift. Wölfe? Hinschrift. Wölfe? Das ist eine Anspielung auf Walking Dead? Diese bekannte Tür, dead inside. Geh mal eins aus. Im Sommer, es ist wahrscheinlich richtig schön hier, Wasser, Tanufan. So älter man wird, so schneller vergehen die Tage. Gave es time to rest and process all that happened. Brody was right, we're stronger now. We look out for each other. We're in this together. These woods are so peaceful. So quiet. No planes, no highways. Just the river. Es ist aber kein Platz auf ewig. Wir wollen nämlich nach Mexiko. But Daniels health is getting worse every day. And the food is running low. Und wir haben nur noch 9 Dollar 3. Und wir müssen wieder gehen. Und ich schätze, Daniel ist auch nicht krankenversichert. Da wollte ich gerade hin. Blumentöpfe. Ja. Not my kind of weeds. We had to use Daniels. Gift to break in. Oh. Cold. Don´t worry. We´ll make a fire. We´re pros now. Dude. That cuff doesn´t sound too good. I´m going on a month with the same clothes around. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It´s getting easier every day. Oh no Sean. This is a haunted house. More like, uh oh. It´s time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude. I know the rules. Let´s find out. What´s the first one? Die müssen wir uns jetzt auch merken. Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do they do? They call the tops. Exactly. The second rule is... Don´t, uh... Never talk about it. Wow. Nice Daniel. Cuz that´s usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know... Come on. Um... You can do it. Okay. Um... Avoid danger? Run. Run. From danger. This is the most important one. You know why? Uh... I don´t know. I mean... With my power, I can help us. It´s... Nur als letzter Ausweg. Nein. Es ist... Querlicht. Die Regeln sind also... Nie machen. Nie darüber reden. Und... Gefahr aus dem Weg gehen. Nein. Es ist gefährlich. Sean ist ein besorgter Bruder. Nein. Es ist gefährlich. Sie müssen einen anderen Weg finden. Also... What´s the point of having this power? We don´t know yet. Maybe if I... Had used it before... Dad... Might still... Be here. Daniel, it´s my fault. I shouldn´t have let you alone outside. But... I didn´t help. I didn´t do anything. Because... You couldn´t... Brauch Medizin. Auch der Hund. Der sorgt sich auch. Don´t worry, Mushroom. Hunde merken es, wenn´s jemandem schlecht geht. Good puppy. She must be hungry. What about you? I´m always hungry. Let´s grow up. I´ll make us some dinner. Heh. Yeah. Before she eats us. Spielzeug. Holzofen. Trüffelskissen. Zeitschriften. Tafel. Jacke. No more batteries. Thank... God. Wahrscheinlich hat... Daniel ihn genervt damit. Daniel wird zum Jedi. John... Der Meister. Der Meister. Ein Comic von Hot Dog Man. Ein US Dollar. In Kanada ist es teurer. Mit Gratis-Post. Der Hot Dog Man. Mein Senf ist vertast. Das kann man schon wieder doppeldeutig sehen. Der Hot Dog Man. Ein. 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 Feuer im Holzofen machen. Und Papas Feuerzeug finden. Ein. 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 Kitty haben wir ja nicht mehr. Trüffel. Bei bringen. Was bringen wir ihnen dann bei? Hör nur auf Daniel. Er ist auch oft so, dass es bei Herrchen und Frauchen, oder Herrchen und Herrchen, oder Frauchen und Frauchen, für den Hund auch eine Hierarchie gibt. Dass er auf den anderen mehr Bezug hat als auf den anderen. Papa spielt. Ich liebe es, wenn ich Daniel kreier am Nacht. Ich kann nicht sch***.